Rush Hour in Leipzig, das heißt viele Autos und steigende Schadstoffbelastung. Die Karl-Igner-Straße im Süden von Leipzig ist eine Hauptverkehrsader. Und genau hier soll in Zukunft dieses Haus dabei helfen, die Schadstoffbelastung zu verringern, vor allem die durch Stickstoffdioxid. Ob das funktioniert, will ich heute herausfinden. Das Haus Nummer 77 ist ein Projekt der Leipziger Wohnungsbaugesellschaft und der Materialforschung- und Prüfungsanstalt Leipzig. Sensoren an der Fassade erfassen derzeit die Schadstoffbelastung. Und die lag an vielen Tagen über den zulässigen Grenzwerten. In diesem Jahr soll die Fassade mit einer speziellen Farbe gestrichen werden, die die Luft reinigen soll, indem sie das Stickstoffdioxid neutralisiert. Titandioxid und Sonne sollen es richten. Titandioxid ist ein sogenannter photokatalytischer Stoff, der für die reinigende Wirkung UV-Licht braucht. Das weiße Pulver wird Farben, Putzen oder Beton zugefügt. Ortswechsel Erfurt. Auf dem Gothaer Platz liegen Pflastersteine, die Titandioxid enthalten und die Luft sauberer machen sollen. Und zwar so. Das Titandioxid nutzt die UV-Strahlen der Sonne. Es wandelt so Stickoxide in harmloses Nitrat. Aber funktioniert das überall? Weiter nach Brüssel. In einem stark befahrenen Autotunnel wurde Ende letzten Jahres für einen Test an den Wänden Putz mit Titandioxid aufgebracht. Wissenschaftler, darunter aus Leipzig, wollten wissen, wie wirksam das Titandioxid ist, auch wenn so gut wie keine Sonne scheint. Zurück nach Leipzig. Dr. Olaf Böge und sein Team vom Institut für Troposphärenforschung wollen in einem Labortest herausfinden, wie wirksam der fotokatalytische Stoff ist. Dazu haben die Wissenschaftler eine Art Raumkapsel gebaut, eine große abgeschlossene Kunststoffhülle. Darin befindet sich eine Wand mit Putz, der Titandioxid enthält. Und Achtung! Die Sonne wird angeschaltet, genauer Lampen, die UV-Licht ausstrahlen. Sieht toll aus, oder? Aber genug gestaunt, jetzt will ich die Fakten. Auch wenn das Experiment noch nicht ganz ausgewertet ist, kann mir Dr. Böge schon eine Frage beantworten. Herr Dr. Böge, wie wirksam ist denn Titandioxid? Was hat denn der Labortest ergeben? Also in Laborexperimenten lässt sich zeigen, dass Titandioxid als Fotokatalysator zum Abbau von Stickoxiden wirksam ist. Über die Größe dieses Effekts und die Bedeutung für reale Verhältnisse, also in der realen Atmosphäre, in einem Tunnel oder auch in einer Straße, kann man von Labortesten natürlich nur eine begrenzte, präzise Aussage treffen. Also, es wirkt, zumindest im Labor. Doch wie ist das nun in der Praxis, zudem wenn das Sonnenlicht kaum vorhanden ist? Das sollte ja der Test im Autotunnel in Brüssel zeigen. Auch hier sitzen die Wissenschaftler noch über den gesammelten Daten und werten sie aus. Aber Dr. Böge darf mir schon etwas verraten. Es gibt bisher nur vorläufige Ergebnisse und die deuten darauf hin, dass der Effekt nicht so stark ist, wie erhofft. Was wahrscheinlich daran liegt, dass die Lichtintensität im Tunnel zu gering war während dieses Experiments. Da erhofft man sich von dem Test an der Leipziger Hausfassade eine deutlichere Aussage. Wie wirksam der Fotokatalysator ist, wenn die Sonne scheint. Also, eines steht fest. Die reinigende Wirkung des Titanen-Dioxides steigt mit der Stärke des UV-Lichtes. Wie hoch sie hier an der Fassade in Leipzig ist, wird der Test in diesem Jahr zeigen. Und ich werde natürlich nachfragen. Und ich werde natürlich nachfragen. Weil, wie bei morgens hier an dieseruti datenkreisiin Tische für die Cakeer autonomy constituiert wurde. Es hilft, es heilt die göttliche Healing.